Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und zwar geht es heute darum, wie kann ich eine Website erstellen, ohne auch nur eine einzige Zeile kurz schreiben zu müssen. Und das ist ziemlich cool, das geht über WordPress und über ein WordPress Plugin namens Elementor und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Das Ganze ist hier auf dieser Website erhältlich, leider natürlich nicht ganz kostenlos. Ich habe eine kostenlose Version bekommen, an der Stelle danke ich den Leuten von Elementor erstmal dafür. Im Gegenzug soll ich natürlich für euch dieses Plugin hier vorstellen und ich fand das Ganze wirklich cool, deswegen dachte ich mir, Mensch, warum nicht einfach mal euch auch zeigen. Gut, wir fangen direkt an. Ihr könnt euch hier einfach bei Elementor oder sowas anmelden. Unten der Beschreibung ist auch ein Link, ich wäre euch dankbar, wenn ihr den benutzt und nicht einfach so auf die Seite geht. Und ja, dann könnt ihr euch das passende für euch kaufen sozusagen und dann bekommt ihr eine ZIP-Datei. Mit dieser ZIP-Datei könnt ihr, oder in dieser ZIP-Datei ist ein Plugin drin und dieses Plugin werdet ihr erstmal installieren müssen. Dazu braucht ihr natürlich einen WordPress-Server, das sollte so aussehen ungefähr bei euch. Ich weiß nicht genau, vielleicht ändert sich in naher Zukunft irgendwie das Design oder sowas, aber in etwa sollte das so aussehen und dann könnt ihr hier unter Plugins ein neues Plugin hinzufügen. Achtung, ich habe schon ein Tutorial gemacht, wie man einen WordPress-Server aufsetzt und wie man ein Plugin installiert. Das heißt, falls ihr irgendwie eine besondere Art und Weise habt und nicht alles auf einmal laufen sollte, schaut da mal kurz nach. Vielleicht habt ihr auch einen Virtual-Private-Server, da müsst ihr erstmal WordPress natürlich installieren. Aber in den meisten Fällen habt ihr wahrscheinlich schon das hier alles gemacht. Gut, wir gehen jetzt hier also unter Plugins, unter Add New, gehen wir her und laden ein neues Plugin hoch. Hier muss die ZIP-Datei natürlich angegeben werden, die wir hier einfach bekommen haben. Das heißt, wir konnten die von Elementar runterladen und können sie jetzt hier wieder hochladen auf unseren Server. In meinem Fall ist das die Elementar Pro Version 1.10.0 und ich kann jetzt hier einfach unter Install Now das Ganze installieren. Allerdings brauche ich noch ein zweites Plugin. Hier natürlich erstmal das Plugin noch aktivieren. Und dieses Plugin, also Elementar Pro, braucht natürlich den normalen Elementar auch. Denn Elementar Pro ist sozusagen die Pro-Version zum, nicht ganz so Pro, sage ich jetzt einfach mal, also zum normalen und hat neue Features, die wir uns auch gleich noch angucken wollen. So, also quasi beide Plugins erstmal installieren und ja, dann müsst ihr hier eure License aktivieren. Das heißt, ihr geht hier einfach auf Activate License und ja, wegen eben Elementar Pro und den License Key bekommt ihr in eurem Account. Den kann ich euch leider nicht ganz zeigen, sonst könnt ihr einfach mal eine Lizenz benutzen. Nach dem Aktivieren sieht das Ganze aber ungefähr so aus. Die X sind natürlich hier einfach zensiert. Wunderbar, jetzt habt ihr sozusagen das Plugin, jetzt könnt ihr loslegen und zwar gucken wir uns das Ganze direkt einfach mal an. Wenn ihr jetzt auf Elementar klickt, dann sieht das Ganze so bei euch aus. Das heißt, ihr habt hier die Settings, die Einstellung, dann meine Bibliothek, Tools, System Info und License. Und ja, was ihr jetzt alles haben wollt, das könnt ihr sozusagen unter den Einstellungen rausfinden oder einstellen, deswegen Einstellung. Zum einen könnt ihr hier auf der General Seite erstmal einstellen, auf was das Ganze aktiviert werden soll, also dieses Elementar Design. Könnt ihr hier den Post oder Posts auswählen und Pages auswählen. Ihr könnt hier einzelne Rollen ausblenden sozusagen und ihr könnt hier das Theme, das ihr vielleicht ausgewählt habt, könnt ihr deaktivieren sozusagen. Hier unten habt ihr die Möglichkeit, dann Usage Data zu tracken. Das würde ich, in meinem Fall finde ich das nicht ganz so toll, deswegen würde ich das vielleicht nicht machen. Hier könnt ihr den Style eingeben, also einfach genauer genommen hier einzutragen, was ihr hier zum Beispiel für eine Schriftart benutzen wollt, also sans serif. Einfach irgendwie eine Schriftart benutzen, dann wie breit soll mein Content sein. Der Default ist 1140, deswegen ist das hier auch noch eingetragen. Wie viel Platz zwischen den einzelnen Elementen eingetragen werden soll, also 20 Pixel im Normalfall, also der Default ist 20 Pixel. Ich habe es natürlich noch nicht geändert, ich habe es ja gerade erst installiert. Ja, das ist natürlich alles jetzt erstmal noch ein bisschen spanisch. Hier zum Beispiel auch eine Recapture-Einbindung für euch und fürs Facebook-SDK habt ihr eine Einbindung, weil ihr eine App habt. Und hier könnt ihr auch CSN-Print-Methods auswählen, aber das Ganze ist natürlich immer noch recht spanisch. Das schauen wir uns jetzt noch mehr im Detail an. Das war nur die Einstellung, die ich euch erstmal zeigen wollte. Deswegen erstellen wir uns jetzt zusammen eine neue Seite mit diesem Elementor-Plugin, das euch sozusagen einfach eine Erleichterung für das WordPress-Plugin liefert. Also WordPress liefert euch natürlich auch so ein bisschen was, mit dem ihr neue Seiten erstellen könnt. Aber das Ganze ist nicht so einfach wie mit dem Elementor-Plugin und das schauen wir uns jetzt einfach an. Ihr geht hier auf Pages und hier findet ihr im Normalfall erstmal so eine Sample-Page. Das wollen wir jetzt allerdings nicht verändern, sondern wir lassen die jetzt einfach und wir ändern hier jetzt eine neue Seite und nennt die einfach mal MeinTest. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze mit Elementor zu verarbeiten und nicht mit dem normalen WordPress-Editor, mit dem ihr eben coden müsst. Jetzt habt ihr hier diese Vorschau, wie eure Seite erstmal aussieht, aber ja, es ist ja noch nichts da, außer eben hier das da. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr langweilig. Es ist halt die Default-Seite. Das Theme ist einfach irgendein Theme, was ich gerade so gefunden habe. Also quasi so ein Default-Theme. Und ja, jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, einfach neue Elemente einzufügen. Und ich dachte mir, Mensch, warum eigentlich nicht erstmal ein paar Spalten hier einfügen? Das heißt, ihr zieht einfach dieses Spalten-Plugin hier drauf auf eben das Ding hier und jetzt habt ihr hier sozusagen Platz für zwei Spalten. Okay, wunderbar. Ihr könnt jetzt hier allerdings auch alles verändern. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel 6633 machen. Das heißt, wir haben jetzt hier Platz für nochmal ein Widget und hier haben wir Platz für ein Widget. Allerdings ist das Widget deutlich kleiner als das hier zum Beispiel. Cool. Jetzt lasst uns einfach mal weitermachen. Und zwar gehen wir jetzt hier einfach mal her. Wir sagen hier Full Width. Also wir können jetzt hier sozusagen einfach die ganzen Einstellungen ein bisschen ändern. Wir können jetzt hier alles einfach ein bisschen ändern sozusagen. Hier oben haben wir Möglichkeiten, was den Style angeht. Das heißt, wir können hier die Hintergrundfarbe ändern zum Beispiel oder Gradient einfügen. Gradient bedeutet Farbverlauf von links nach rechts zum Beispiel. Wir können hier aber auch ein Background-Video einfügen, was natürlich jetzt in meinem Fall, ähm, naja, nicht ganz so einfach ist, weil ich erstmal ein Video finden muss, was ich da hinpacken möchte. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal eine Farbe und setze die vielleicht ein kleines bisschen ins, nicht ganz so dunkel, so vielleicht. Ne, das ist zu hell, äh, zu dunkel. So ist, ja, so ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Das ist fast weiß jetzt. Gut, das gefällt mir. Ähm, deswegen lasse ich das Ganze so. Jetzt können wir hier zum Beispiel die Border verändern. Border bedeutet der Rand von diesem, von diesem Kasten hier. Das heißt, wir können hier zum Beispiel hergehen und eine, äh, einen Rand einfügen. Sieht nicht ganz so toll aus. Also machen wir ihn einfach wieder raus. Ähm, ja, Typography bedeutet hier, die ganzen Farben zu ändern. Also zum Beispiel die Überschriftsfarben. Allerdings müsst ihr dafür auch einstellen, dass die Farben von eurem Theme überschrieben werden dürfen. Sonst geht das hier nicht. Und Advanced wären wir hier bei eben Margin. Das wären jetzt CSS-Eigenschaften. Da würde ich euch tatsächlich meine CSS-Tutorial-Reihe empfehlen. Das ist relativ komplex, kann man hier aber trotzdem deutlich angenehmer machen, als wenn man das CSS selbst verändern müsste. Gut, ähm, das ist erstmal okay für mich. Jetzt möchte ich hier ein neues Widget hinzufügen. Das heißt, ich gehe hier einfach auf das Plus. Und wir sagen jetzt hier einfach mal, ich hätte ganz gerne, ähm, was möchte ich denn da rein haben? Ja, und wir sehen jetzt hier, dass da oben sind die normalen Elemente von Elementa. Und das hier unten sind die Pro-Elements. Das heißt, wir haben hier schon nochmal deutlich mehr Auswahl. Wir können hier zum Beispiel ein Template reinziehen. Was das ist, findet ihr in den Einstellungen. Das habe ich vorhin kurz überflogen, sozusagen. Da könnt ihr euch neue Templates erstellen. Ihr könnt aber auch Posts einfügen, Portfolio einfügen, Slides, also so eine Diashow sozusagen einfügen. Login könnt ihr einfügen, Forms, also Formulare zum Beispiel, wo man was absenden kann. Ähm, eine Preistabelle, eine Preisliste. Ähm, also alles Mögliche ist da drin. Und ich gehe hier ganz kurz mal durch, durch die Sachen Flipbox, Media-Karussell, Testimonial-Karussell. Äh, das ist sozusagen, wo Sprechblasen drin sind, wie toll eure, äh, wie toll die Leute doch eure Website finden, sozusagen. Einen Countdown könnt ihr finden. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Ähm, Facebook-Button, Share-Buttons, äh, Blog-Quotes. Das sind Zitate tatsächlich einfach nur. Und das machen wir doch einfach mal hier rein. Das sieht doch ganz cool aus. So, ähm, und ja, jetzt können wir hier einstellen, also hier, hier müssen wir im Endeffekt gar nichts einstellen. Wir können hier sagen, was genau hier ist, was wir eben zitieren wollen. Zum Beispiel, äh, sagen wir jetzt hier einfach mal, ähm, wir wollen zitieren. Duh. Von, natürlich, wem könnte es anders sein? Homer Simpson. Cool. Ähm, und ja, jetzt haben wir sozusagen ein Zitat hier eingebaut. Hier könnt ihr den Tweet-Button auf- oder zu-machen. Das ist, also sozusagen einblenden oder ausblenden. Das ist dann euch überlassen. Ähm, genau. Und ja, ihr könnt hier sozusagen auch sagen, ich hätte ganz gerne das Icon von Twitter und ich hätte ganz gerne hier dieses Tweet stehen. Ich kann natürlich auch sagen, ich hätte ganz gerne nur dieses Tweet stehen, weil es ist ja schon ein recht kleiner Button, muss man sagen. Und dann müsst ihr natürlich hier den Usernamen eintragen, falls ihr einen haben wollt. Das heißt, dass die Leute auch auf euch zurückkommen, wenn ihr, wenn das getwittert wird hier. Ja, eigentlich ziemlich cool. Ähm, Target-URL, das ist das, was mitgetwittert wird. Aber das ist jetzt so ein Beispiel. Also, wie gesagt, es gibt hier so viele Plugins. Ich kann euch die nicht, oder Widgets besser gesagt, ich kann euch die nicht alle vorstellen. Aber ich finde sie definitiv sehr, sehr anschaulich. Vor allem, weil es unten drunter natürlich noch weiter geht. Also, zum Beispiel die Image-Box, Icon-Box. Ähm, also, wie gesagt, ich gehe nur ganz kurz durch. Hier könnt ihr Tabs einfügen. Tabs ist tatsächlich wie bei eurem, äh, bei eurem Browser gedacht, dass ihr hier mehrere Tabs einfach offen haben könnt. Dann habt ihr hier eben nochmal Social-Icon, Soundcloud könnt ihr einfügen, Toggle könnt ihr einfügen, ein Haufen Zeug. Falls ihr irgendwie immer noch nicht zufrieden seid, könnt ihr auch eigenes HTML nochmal einfügen. Eine Sidebar könnt ihr einfügen. Und tatsächlich WordPress-Dinge wie Kalender, Pages, äh, ja, Audio, Video und so weiter und so fort. Also, ihr könnt da gerne mal selber durchgucken oder das Video in besonders langsam laufen lassen. Ich werde jetzt hier nicht noch mehr hinzufügen, weil es einfach viel zu umfangreich ist. Aber ich habe noch eine abschließende Frage an euch. Was würdet ihr denken, oder was wäre, was wäre euer Gedanke, wenn ich überlege, meine Seite tatsächlich auch mit so einem WordPress-Ding zu machen? Fändet ihr das gut oder fändet ihr es eher besser, wenn ich nochmal von vorne schreibe? Weil ich bin aktuell nicht wirklich zufrieden mit dem Ding. Und ich habe leider aktuell nicht die Zeit dazu, mir die Seite nochmal neu zu erstellen. Ich überlege gerade, ob ich das einfach mit dem Plugin hier machen soll oder ob ich nochmal von vorne schreiben soll. Beides dauert natürlich immer noch. Also, ich überlege es nur und bin immer noch nicht dran oder sowas. Also, das ist jetzt nur mal ein erster Gedanke. Schreibt mir eure Meinung einfach mal in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.